Hey, ich bin Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The Buzz. In dieser Folge haben wir uns das neue und auch externe neue Adron angeschaut. Leider ist die Aufnahmedatei von der Stimme, vom Audio ein bisschen kaputt gegangen und deshalb habe ich ein Zeitraffer-Video daraus gemacht. Ihr seht aber trotzdem noch alles und auch die Linie 100 mit dem MNDD, leider mit meiner hässlichen Wenigkeit, aber ich hoffe es stört euch nicht und ja, viel Spaß! Ja, 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 ja! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.